Guten Morgen aus Le Havre. Ja, wir haben schon angelegt, werden jetzt gleich frühstücken gehen. Einige aus dem Team haben Ausflug gebucht und fahren nach Paris. Das machen wir nicht, weil wir waren ja kürzlich erst in Paris und waren ja auch schon mal öfter in Paris. Von daher haben wir gesagt, bleiben wir hier, gucken wir mal, was Le Havre so zu bieten hat. Wir werden ein bisschen durch die Stadt bummeln. Das fährt wohl von hier ein Shuttle, ein behördlicher Shuttle, den man für 4 Euro buchen kann, was wir gerade gelesen haben. Ja, ansonsten ist der Tag heute relativ zur freien Verfügung, aber heute Abend haben wir dann noch mal einen Termin mit den ganzen anderen Leuten quasi. Ja, und dann schauen wir, was der Tag so bringt. Gestern Abend haben wir noch auf einer Silent Party gefeiert, für uns war es das erste Mal. War aber wirklich sehr, sehr cool hier und von daher gucken wir mal, was der Tag heute so bringt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Musik